Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Souls 3 hier bei BecauseGamingSFund zusammen mit Krischi, allihallo, moin moin und Sascha natürlich, allihallo und der, ja, der Fürstenleger, hohohoho, in der letzten Folge haben wir den Wächter des Abgrunds gelegt, dessen Thron, weiß ich nicht welcher ist, ich würde mal interessieren, ob wenn du jetzt mit dem zu dem Thron gehst, ob dann was damit passiert, dass er sich quasi so ein Geist da raussetzt oder so, weißt du, huch, wer bist du denn? Neun Doch, das können wir doch Ist das nicht der Beschützer von... Ja Bestens Nix Nix O-schluch Nix und zwar ich habe übrigens rausgefunden was aushöhlung ist du musst aber kurz ins inventar gehen und zwar wenn du einmal guckst gehen wir auf die ein weiter ganz und rechts und diese fünf so dunkles siegel wir haben doch diese gratis level aufstiege bekommen vom spiel vorgesehen alles gut jedes mal wenn du level aufgestiegen bist hast du ein dunkles siegel bekommen jedes mal wenn wir mit so einem dunklen siegel im inventar gestorben sind hat sich unsere aushöhlung um eins erhöht das heißt wir sind seit wir das erste dunkle siegel bekommen schon 99 mal gestorben und die aushöhlung macht nichts anderes als den charakter hässlicher soweit ich das jetzt gelesen habe ich wollte aber auch den ganzen rest nicht mehr lesen weil ich mich vielleicht nicht spoilern wollte ob es nicht doch noch irgendwelche nachteile hat oder nicht aber heißt es dann prinzipiell wir könnten noch drei kraft ist der wieder aufsteigen weil wir fünf von acht und können sie gehen bei uns haben keine ahnung ich habe nur gelesen dass er bis zu fünf genau gleich noch mal die typen sprechen keine ahnung was für abkürzung zurücklassen vom wächter des abgrund uns vermutlich ja gegenstand infos auch ihren auch zu ihren drohnen zurückzukehren so sollen sie es das heißt du wirst die asche auf den thron legen können und irgendwas wird passieren ein geschick und ein ausdauer kondition das ging jetzt erstaunlich einfach nächstes mal machen wir noch in kondition würde ich sagen machen wir auch von unseren so wo haben wir denn hier bist du hier der richtige schon da waren wir sind einfach weg gelaufen das ist jetzt wunderschön mehr passiert nicht wahrscheinlich wenn wir erst alle fünf haben oder vier je nachdem genau wollte ich ja eigentlich wollte ich doch immer auf die vorsprung rauf springen damit ich ja mal ganz außen rum laufen muss aber und genau mit ihr quatschen jetzt wo der typ hier steht dass man mit ihm kann ja meinst du meinst den hier hast du nicht meinte eigentlich die der uns level auf die gibt gerade höhlenschlechter großschwert das müsse das ding vom fürsten des abkommens sein naja füchte des abkommens ich hab hier das kristallreisen das ist doch das sperre das ist der mondfaust ja gut alles nicht so geil ich finde geil dass man schnockenrabels gemacht sowas Heiß, heiß, heiß. Hi. Du bist. Du. Ne. Du bist du. Hmm. Another matter, Thou to Lord art thou not? Bearer of the dark sicil, and our lord of hollows. For the time thou remain'st our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. wird umsteigen ausfüllung wahrscheinlich immer nur ein oder erzählen dass wir hierfür 4500 stück davon kaufen soll ich denke wenn man schon direkt einmal alle können mir vorstellen und wozu dann noch immer wieder schick wird ja nein nein aber wozu dann sie das wurde so können wir dann bei ihr was umkehren lassen und du bist wirklich tot strange okay oh hello it took some prowling go on glücklicher segen blitz uhren gibt es mittlerweile auch okay waffen schilde einige rüstung holzen keine da goodbye tschüss kinky winky was du noch einmal zu erzählen oh champion of ash do you wish to hear a tale ja eigentlich nicht oh champion of ash this divine tome is forbidden these are dark tales of things that lurk deep within men then these stories would not please you like sorry of course if you insist i will read them for you only the little creatures that nibble at me in the darkness you know in my home of kareem i would be so that's why i will be honest hmmm warum kriegen wir denn hier nirgends noch eine große titanitscherbe ein einzige mehr will ich doch gar nicht hast du ja mal ja gut lassen wir jetzt mal weiter gehen würde ich sagen sagt sie jetzt noch was ich kann keine schwarze nicht sagen aschen wollen tb so scheiße allesamt rechte des abgrunds go for it haben wir schon wieder verplemmert in dieser folge krass da muss halt auch mal gemacht werden sonst vergessen wir gemacht sonst dann halt ich hab nie mit denen dann hättet ihr mal jetzt man kennt das ok warum sind denn hier schon wieder so viele draufgegangen organlv tank drücken von carathus dann wir das hier schon direkt der nächsten boss eben auch also jetzt glaube ich dass es hier ganz schön weit abgehört es geht ganz kleines bisschen guck mal ein item spritte hin ohne dich umzusehen noch ein bisschen schneller bitte warum muss es das eigentlich jeden tag zum spiel wieder geben war da links eine leite rechts also rechts unten da so was hat sich umgedreht deshalb links aber scheinbar nicht habe ich jetzt nicht für den bekommen würde ich jetzt fast behaupten weil immer noch 3300 irgendwas der sieht doch sehr nett aus warte mal du hast mir ein bisschen ausdauer ich glaube du solltest dich auch nicht runterschubsen lassen von dem tümen ich glaube diese stelle habe ich schon einmal in einem gif gesehen echt freiwillig ja als beispiel für asozialität dieses spiels oder ganz genau so was haben wir hier eigentlich gerade gefunden kathos rot für waffel blutungseffekte ja alles cool mensch von der oben links kommt bestimmt vielleicht irgendwas oder auch nicht für einen hast du sehen gekriegt 132 kommt das von oben ja ein bord genau laufen wir wieder weg unten rechts in der ecke könnt ihr übrigens gerade lesen wann saschers iq den eines toastboots übersteigen wird das macht keinen sinn doch 2090 dass er das nicht verstanden hat ihr wisst bescheid wenn einer 132 gibt warum hast du dann eben gerade für die beiden nur 132 gekriegt wahrscheinlich weil wegen einer wird wieder aufgestanden sein dann muss man zweimal töten wurf machite alles klar und feine überlegst du das interesse schon einmal rüber laufen gucken was passiert schon irgendwie try it aber roll weg ok ok irgendwie habe ich mir sowas gerechnet da geht es runter da möchte ich aber erstmal gucken was hier hinten noch ist ich habe meistens wieder bekommen gehabt stimmt ja auf jeden fall verlierst du den move auf jeden fall wirst du jetzt schnitzilliert mein freund da geht es theoretisch ich fürchte mich da ich denke jetzt mal da wirst du über die leiter auch hinkommen irgendwie das jetzt gleich in durch den tunnel nach unten oder hier einfach links du nimmst die treppe das geht auch das Erstmal alles gekriegt getroffen, obwohl ich das auch heute Doch stimmt, hier komm ich noch ganz Warum könnt ihr euch unsichtbar machen, das verlasse ich Oh ne Ja komm mal mit Komm mal weiter mit Komm mal ganzes Stück mit Nein noch Gut gemacht Warte Wieder nur ne kleine Warte man Aua Wir können langsam auch wieder so nen untoten Knochen finden, dass wir mal ne Estos plus 2 kriegen Ist noch gar nicht so lange her Ich find trotzdem das was machen könnten Warum nicht Mann Und wir müssen uns um den Nachschub vom kleinen Titanit Champs schon mal keine Sorgen mehr machen Ich seh das positiv Komm große Komm ich unter Sachs? Nein Nein Da stehen auf jeden Fall das Gelände auf Und das hier muss ich Wo geht das hier überall schon wieder hin? Ja das fragen wir auch gerade Oh Das könnte ne große geben Oder vor geht Titanit gleich wieder Hm War auch so geplant ne? Absolut Hörte man raus Jo Jo Jau Oh mein Gott, auf das ist ja nun Was war das jetzt mit einem Item? Habe ich es nicht gesehen Ich habe nur den Fall gesehen und auch den weg gedrückt nicht schlecht vom irgendwie zu ob wir es deshalb dachte ich gerade so zu den bogenschützen da kommen da wird wieder aufstehen keine seien gegeben hat er hauste das war es hier guten folie hand ist natürlich prinzipiell geil nützt richtig wir sind halt kein kleriker hallo das wird die leiter sein ist wahrscheinlich gehen wir jetzt mal weiter von außen aber mal kurz gucken ja so macht es in unten rum zu gehen geräumt naja erst mal hier abchecken. Da dachte ich war schon erst mein Gegner. Ja komm, steh auf. Ne? Doch. Wollte ich meinen. Und dann einläugst du das natürlich 4. Tschüss. Noch gut geblockt. Anlage. Ich glaube schon beide willkommen. Ich meine. Ich muss aber gestehen nicht ganz drauf geachtet zu haben. Ich bin der Meinung da ist zweimal was aufgekloppt. Da auf jeden Fall. Und ja. Du siehst mal irgendwie noch NPC aus. Findest du? Ich finde der sieht eher aus wie so ein Zwischengegner, weißt du? So einer wie uns der das Ushigatana gejobbt hat. Oh, hallo. Ist das eine von den beiden, die wir... Hm. Hm. Hast du meinen Kampagnen gesehen, Horace? Zu meinem Scham, war ich durch ein Trapp und wir wurden separiert. Ich habe ihn nicht gefunden, seitdem ich ihn gefunden habe. Ja, ich sehe. Horace ist ein valianter König. Er kann sich nach ihm selbst schauen, keine Frage. Er ist wahrscheinlich für mich der Wunderschöne. Er ist wirklich auf mich. Und wenn du ihn ihn schaffst, sagst, dass ich in den Katakomben bin. Und ich werde prismstones für ihn schaffst, wie immer. Desenst, er hat ich meine Worte. Ich begon dir. Ich werde die Flastreien gehen. Wenn du ihn schaffst, sagst, dass ich in auf dem Katakon jetzt aber noch eine versteckte Wand das sieht nicht so aus Shortcut mäßig sieht das ja nicht aus dann haben wir jetzt schon mal die Wege auf einen reduziert richtig und du kannst eintrinken glaube ich oh können wir mal machen und wir müssen uns merken jetzt minimal vor dieser scheiß Leuchte erschrocken die da plötzlich im Blut wird ernsthaft? ganz leicht heute bist du vergesslich und schrecklich hast du mit dem Rollen getauscht und du spielst die ganze Zeit wir haben echt Rollen getauscht heute jo komm mal ran Bro denk an den Bogenschützen die Bogenschützen würde ich mal behaupten ich spiele irgendwie genau nach sowas ich habe nämlich noch das klingt jetzt nicht nachm lol ähm müssen wir den angreifen müssen wir den markieren ja das ist ein Gegner oh ne what da fuck oh schneller, schneller, schneller zu langsam zu langsam einmal zu weit, zu weit knappig das ist ein leuchtscheuer auf der anderen seite ja da ist auch ein ding, ein hebel aber die sieht kaputt aus ja wir müssen uns nicht den weg hier freisperren sieht sehr kaputt aus, leider den männer hat er seelen gegeben ich glaube ich würde durchsprinten den typen kurz erledigen, oder? ja super hat er auch seelen gegeben alles gut machst du ein bisschen damage? machst du ein bisschen sehr viel damage ich lebe das ich lebe auf, ich lebe auf jetzt hat er seelen gegeben jetzt hat er seelen gegeben jetzt hat er seelen gegeben gott roll dich durch da drin sind noch locker tausend ich lebe auf ich lebe auf ich lebe auf ich lebe auf ok ok ist ja in Ordnung warte mal sinn und schöne Auswirkungen wenn man daran fest hängen bleibt dann ist es doch nicht so nett kraftusmilch erhöht die geschicklichkeit leichter und macht beim rollen unsichtbar aha würde geschick um drei steigern ja im gegensatz zu was nehmen wir ab ja das ist die frage würde ich nicht machen ja prinzipiell schon also finde ich den den wir am ehesten entbehren können ja wollen wir mal? ja damage ist nie verkehrt und roll mal ja das ja das ist mega strange lass mich raten das war geplant dass du dich da hinstellst natürlich so genau in die mitte das ist eine dropflotte ach ja hoppala das ist auch nicht vor aufgefallen easy dark turns kommt nichts naja mega casual scheiß drückwarte hab ich nicht gesehen so casual pfff bist du alleine da hey komm ran yo bro yo bro das jetzt am besten sprinte und tötet aber der haut böse drauf ja ist ja gut oh gott die kacke falle da war ich auch noch mal knabbel spiel kann nichts ne das ist easy Dark Souls volle Unfälle spielen ähm der hat keine Säge gegeben das großkrumm schwert jetzt wird's kurios das geht auf 122 grundstand was macht unser 150 ja ganz auch schon keine ahnung muss man mal beobachten doch noch zwei erstos auch den sprung kann ich knicken dann komm mal ran hier einer einer zurzeit das finde ich doch nett so war das jetzt nicht geplant ja das auch nicht zweimal eine sekunde nein nein war das lucky du hast kein ausdauer zum blocken mein ausdauer weg ich hatte nur volle du hast dich doch dreimal gerollt dann hat er dich noch getroffen und dann ärgerlich würde ich sagen machen wir bei der nächsten folge weiter noch mal das schöne gebiet hurra nur weil du nicht zum läufer gekommen bist du ok liebe leute vielen dank fürs zuschauen dann rein bis zur nächsten folge tschüss 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 tschüss